hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge dead by daylight mein name ist michael und wir spielen heute wieder survivor und zwar mit dem detektiv tipp ja gucken wir mal was diese mitnehmen ja wie gesagt die talente nehmen wir sehen segenkreis der heilung mit gelingenheiten nutzen weil seiner wille und unbeugsam ja schon mal was wir so an gegenstände mitnehmen können am liebsten würde ich ja nämlich so eins mit körperchen mit packen wir das hier rein und dies hier rein und wir nehmen dass wir mit alles klar und ja wir spielen wieder ein zwei runden je nachdem wie lange sie dauern in diesem video ja genau dann legen wir mal los und suchen uns eine lobby derzeit können wir mal ein bisschen blutpunkte ausgeben wenn er mir das anzeigen würde ja gut und das hier und das hier hat hier gefunden da haben wir die gruppe haben wir den joshi dabei den bill overbeck oder william bill overbeck und kimura tun wir mal ein paar punkte aus bevor es los geht wir haben archivkäse dabei schiffe als umlebende oder killer insgesamt 18 mal folgendes lasse paletten fallen während du vom killer gejagt ist da müssen wir immer noch dran und wir müssen noch das sieben mal machen 11 von 18 haben wir aber das kriegen wir schon nach und nach hin jetzt gucken mal wie die runde läuft ja der killer hat eine verdeckte karte wenn es von ihm ist aber ich glaube dass es ist ist das im meisten fall ein mori und das ist immer nicht schön das heißt zweimal hängen und dann morin je nachdem wie was für mori dabei hat dann grün ist dabei hat dann darf er ein morin und wenn er ein leeres pink der pink ist dabei hat dann darf er nur den letzten verübrigen 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 den letzten übrigen survivor mori so na bill guten tag billy oh nein wir gehen mal lieber an dem generator dran wer es laut sound jetzt war konnte ich nicht erkennen aber auch egal früher oder später werden wir ihn schon sehen die leute los werden zwei gejagt doch nur einer die leute oder die leute die leute Ach, es ist der Nemesis. Ach, es ist der Nemesis. Ach, es ist der Nemesis. Okay, sie sind hier oben. Oh, da liegt der Opi. Oh, ja. Ach komm, das ist doch wieder ein Witz, dass sowas funktioniert. Das kann doch wieder nicht sein, sowas. Ach, ach, ach. Ach, ach. Ach, ach. Ach, ach. Ach, ach, ach. Ich bin von der Schulter gesprungen. Ach, ach. Ach, ach. Ach, ach. Ach, ach. Ach, ach. Ach, ach. Nemesis. Ach, ach. 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 Oh, come on. 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 Ja, der... ...hampelt da rum. Oh, come on. 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 Oh, come on.